Good morning in the morning. Samstag, der 23. November 2024. Und was soll ich sagen, das wird ein reines Labervideo. Ich habe nämlich noch nichts gefilmt und wir haben schon späten Abend. Es ist dunkel. Ich glaube auch nicht, dass ich noch großartig Hass zusammen bekomme. Also vielleicht irgendwie ein kleiner Clip noch, weil wir gehen gleich noch kurz in den Laden, ein paar Kleinigkeiten einkaufen und noch was zu essen besorgen. Mal gucken, ob ich da was filmen kann. Schauen wir mal. Ich denke schon. Gucken wir. Ansonsten ruhiger Tag, viele Kleinigkeiten erledigt, hier was da was, so das übliche was ansteht, wenn man sich nur alle paar Wochen oder Monate sieht. Mehr will ich auch gar nicht sagen, weil mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ach doch, vielleicht zum Wetter. Es war heute frisch 2-3 Grad, aber heute Nachmittag kam tatsächlich die Sonne raus, was mal ganz angenehm war. So ein bisschen, ja, halt nicht dieses Novembergrau. Ja, wie gesagt, kurze Videos wird das geben hier vom Urlaub und deshalb verabschiede ich mich mit meinem obligatorischen Tschö-Tschö, Winke-Winke und Bye-Bye. Macht's gut, euer allseits unbeliebter Grimmling. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.